Hallo, mein Name ist Julia Westhoff und ich bin Studentin der Universität Wien. Ich fange bald meinen Master Zeitgeschichte und Medien an. Im Rahmen der Ringverlesung Digitalisierung und Demokratie wurden Studentinnen dazu aufgefordert, Teil der abschließenden Plenumsdiskussion zu sein. Ich war Teil davon. Hier möchte ich mein Thema noch einmal mit anschließend einbringen. Im Gegenzug der vorangegangenen Vorträge meiner Kolleginnen möchte ich hier Beispiele anführen, um eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema zu starten. Mein Thema heißt der Netzwerkeffekt. Wie greifen Plattformen, soziale Medien wie Instagram, TikTok und Co. ins Privatleben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein? Hier möchte ich mein erstes Beispiel anführen. Meine persönliche Bildschirmzeit kann ich bei meinem Handy einsehen. Ein praktisches Tool und doch für mich persönlich erschreckend. Die letzte Statistik sagt mir, dass ich im Durchschnitt zwischen dem 26.12.2022 und dem 2.1.2023 sechs Stunden und 22 Minuten pro Tag an meinem Handy verbracht habe. Insgesamt war ich 16 Stunden und fünf Minuten innerhalb einer Woche auf sozialen Netzwerken. Das sind circa 27 Prozent meiner Woche gewesen. In dieser Zeit hätte ich auch einen Ikea-Schrank aufbauen können. Im Durchschnitt schafft ein Leser 238 Wörter pro Minute. In der Stunde sind das dann 14.280 Wörter und in meinen 16 Stunden und fünf Minuten hätte ich circa 229.670 Wörter lesen können. Das durchschnittliche Buch besteht im Schnitt aus circa 100.000 Wörtern. Damit hätte ich in der Zeit, in der ich 27 Prozent meiner Zeit für soziale Netzwerke verwendet habe, circa zwei Bücher lesen können. Folgende Fragen sollten wir an uns persönlich stellen. War diese Zeit, die ich auf Social Media verbracht habe, verschwendet? Welchen Mehrwert hatte sie für mich? Braucht es einen Mehrwert? Was passiert, wenn wir unsere Handys beiseite legen und uns nicht auf dieses Tool verlassen würden? Mein zweites Beispiel. Laut der The World Unplugged Studie, eine Studie, in der tausend Grundschüler aus zehn Ländern und fünf Kontinenten innerhalb von 24 Stunden auf alle digitalen Medien verzichten sollten, führt es innerhalb dieser zu einem Spektrum emotionaler Probleme. Ich fühlte mich so einsam, ich konnte irgendwie nicht richtig schlafen, ohne mich einzuloggen und mit den anderen auszutauschen. Diese Leere. Ich hatte die totale Panik. Dies sind einige wenige Zitate aus dieser Studie. Diese haben auch zur folgenden Erkenntnis einer Studentin geführt. Vielleicht ist es ja ungesund, dass ich es nicht aushalte, nicht ständig zu wissen, was die Leute denken und fühlen, wo sie sind und was passiert. Dieses Phänomen, das die Studentin beschreibt, nennt sich FOMO, Fear of Missing Out. Die Studie unterteilt die emotionalen Probleme in sechs Kategorien. Abhängigkeit, Unfähigkeit abzuschalten, Langeweile, Verwirrung, Verzweiflung und Isolation. Die plötzliche Trennung vom Netzwerk führte zu Depressionen und Ängsten, die typisch für klinisch diagnostizierte Abhängigkeiten sind. Dies wird dadurch verstärkt, dass unser Alltag verändert wird, der Tagesablauf, die Logistik, die Kommunikation und der Informationsbedarf, was auch der Faustische Pakt genannt wird. Nehmen wir uns ein Beispiel, um das zu visualisieren. Wir sehen das in unserem Nutzen von zum Beispiel wie Mobil, der App, die wir nutzen, um von A zu B zu kommen. Und dass uns die schnellste Route der öffentlichen Verkehrsmittel zu unserem Ziel zeigt. Ein zweites Beispiel. Wer könnte auf der Autobahn ohne Navigationsgerät und nur mit einer gedruckten Karte fahren, ohne die Route je zuvor gefahren zu sein? Der positive Aspekt der Navigationsgeräte ist auch die Einbindung der aktuellen Verkehrsbehinderungen. Festzuhalten ist, dass wir abhängig davon sind, mit unserem Handy unseren Alltag zu erleichtern. Wollen junge Erwachsene in Kontakt miteinander treten, ist es zunehmend so, dass sie es sich nicht leisten können, nicht auf den sozialen Medien zu sein. Dieses Phänomen nennt sich der Netzwerkeffekt. Forscher kamen zu dem Schluss mit ihrer weltweiten Studie über das Netzwerkverhalten von Schülern und Studenten, den Schleier von der Einsamkeit und der Desorientierung gerissen zu haben, die sich junge Menschen bemächtigten, wenn sie sich von den sozialen Medien getrennt sehen. Sie wussten nichts mit sich anzufangen, hatten Probleme, sich zu artikulieren. Die Betroffenen hatten das Gefühl, eines Teils ihre selbst verlustig gegangen zu sein. Dies führte zu einem Identitätsverlust und der psychischen Abhängigkeit von den anderen. Diese Abhängigkeit wirkte sich nachhaltig auf das Wohlbefinden, auf das Selbstwertgefühl und der Zufriedenheit aus. Das Handy und die sozialen Medien ermöglichen uns einen sehr großen Informationsaustausch in kürzester Zeit. Die Beispiele der Studie und deren Ergebnisse, dass ein autonomer Mensch abhängig von den Geräten und ihren Tools werden und Entzugserscheinigungen haben können, zeigt auch, dass der Umgang mit sozialen Medien viel Eigenverantwortung mit sich bringt.